Tane arbeitet am Hause nach draußen und wäscht mit viel Liebe sein Auto. Da denkt sich der Türke, was der Deutsche kann, kann ich auch und wäscht auch sein Auto. Nach dem Waschen ledert der Deutsche, wie es sich gehört, sein Auto mit einem großen Ledertuch ab, ebenso sein türkischer Nachbar. Das nun trockene Auto wird vom Deutschen mit Inbrunst eingewachst und poliert, auch hier steht ihm sein türkischer Nachbar in nichts nach. Als nun sein liebstes Spielzeug frisch gewaschen, gewachst und poliert vor der Haustür steht, geht der Deutsche ins Haus, holt ein Glas Wasser und verteilt es über die Motorhaube, um zu sehen, wie die Tropfen von Haube ablaufen. Sein Nachbar geht ebenfalls in Haus, kommt mit einer Motorsäge wieder und schneidet den Auspuff seines Wagens ab. Sein deutscher Nachbar schaut ihn fragend an und fragt erschrocken, bist du wahnsinnig, warum schneidest du denn deinen Auspuff ab? Minus wieso, wenn du dein Auto taufen kannst, dann wird dich meins doch wohl beschneiden dürfen, oder? In Alabama. Ein Hochhaus steht im Flammen. Im zehnten Stock steht ein Afroamerikaner. Unten haben Feuerwehrleute ein Sprungtuch ausgebreitet, aber er zögert, wenn das Rassisten sind, ziehen sie bestimmt im letzten Moment das Tuch weg. Einer der Feuerwehrmänner ruft, Hallo, Spanier, wann springst du endlich? Der Afroamerikaner denkt, wenn sie mich für einen Chicano halten, kann ich ja springen. Er springt. Nun ziehen die Feuerwehrleute das Tuch weg und rufen, Ole. Zwei Jäger sitzen auf einem Hochsitz. Ich habe mir letzte Woche ein Fernglas gekauft, meint der eine mit dem kannst du auf 10 Kilometer Entfernung ne Fliegescheißen sehen. Der andere möchte sich davon überzeugen und sieht durch. Mann Josef, ich kann sogar deine Jagdhütte von hier aus sehen, sagte er mit suchendem Blick. Sag mal Josef, was würdest du tun, wenn deine Frau dich mit deinem besten Freund betrügen würde? Fragte er beim Fernglas schauen. Na, ich würde erst meiner Frau in den Kopf schießen, und dann meinem Freund in die Eier. Leg an, Josef, könntest es gerade mit einem Schuss schaffen. Wenn dir diese Videos gefallen hat, würde ich mich über ein Daumen hoch und ein Abonnement meines YouTube-Kanäle freuen.